Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Was bedeutet eigentlich Cloud Chaser? Das möchte ich hier heute sehr gerne besprechen. In der Jugend, insbesondere in der Rap-Kultur, kommt der Begriff immer mal wieder vor, wird so ein bisschen bekannter langsam und da dachte ich mir, sprechen wir mal ein bisschen darüber, was das eigentlich bedeutet. Weil da habe ich schon einige Verwechslungen gehört mit der Begriffserklärung, wo ich sage, hm, nicht so optimal, nämlich vor allem beim Wort Cloud. Ich habe ganz oft gehört, dass Leute das mit Wolke übersetzen, aber Cloud als Wolke, W, wird C, L, O, U, D geschrieben. Hier geht es um Cloud mit T am Ende. C, L, O, U, T, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also Cloud Chaser ist niemand, der Wolken jagt oder so, ja. Cloud ist ein Begriff, wenn ich mich recht, also mit T jetzt ist ein Begriff, der wurde irgendwann mal in Amerika geprägt, wenn ich mich recht erinnere. Und es geht um sowas wie Bekanntheit oder auch Beliebtheit, so etwa in dem Feld, könnte man das übersetzen, ja. Und jemand, der diese Art von Cloud chased, also jagt, der ist eben auf der Suche nach Beliebtheit und Bekanntheit. So, wem könnte man jetzt vorwerfen, ein Cloud Chaser zu sein? Naja, in der Rap-Kultur gibt es ja hin und wieder auch mal Streitigkeiten unter einzelnen Rappern. Ja, manchmal wird man kritisiert und vielleicht, vielleicht sagen wir einfach mal, Beispiel Rapper A kritisiert Rapper B. Dazu muss gesagt sein, dass Rapper A eigentlich gar nicht so bekannt ist, haben noch nicht so viele Leute auf dem Schirm, ja. Trotzdem reagiert Rapper B auf die Kritik von Rapper A und schreibt in seinen sozialen Medien, ja, stimmt alles nicht und so weiter. Und dadurch würde Rapper A Aufmerksamkeit kriegen, wenn er es eben richtig macht. Und so könnte man in diesem fiktiven Beispiel sagen, also es kommt ein bisschen auf die Umstände an, aber gegebenenfalls könnte man in dem Fall Rapper A als sogenannten Cloud Chaser bezeichnen, da er irgendwie nur so eine kleine Streitigkeit anfängt, um eben Bekanntheit und später vielleicht auch Beliebtheit zu bekommen durch die Aufmerksamkeit, die er dann von Rapper B bekommen würde. Ja, so würde ich Cloud übersetzen. Ich hoffe, ich konnte dir mit Cloud Chaser übersetzen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video weiterhelfen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute und ciao.